hallo liebe community family und zuschauer wir sind wieder mal der wohl wie und ich der gewinn co und herzlich willkommen zu unseren nächsten gemeinsam lp dead island ja kein für euch am rande die bestauf folge von sephores wird noch kommen und da wird auch der clip sein wo ich und ich uns mit dem schickrunden panzer den krater unterstürzen aber das wird noch ein paar wochen paar monate dauern ist wohl wieder ein paar speicherplatz auf seiner ps4 hat und dann sagt er bezahlt dann immer kurz darauf und machen das dann ja wir spielen ich bin jetzt erst mal kurz der dem prolog durch und dann können wir nicht gemeinsam spielen wo wir schon da sag mal wo die guter 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 und ja so sieht soweit aus und damit ich sagen los geht's ich ob online option ist eingestellt ton ist auch eingestellt und wohl wie nimmt den logan toll schmauer bei den x-menge cloud alles klar ich nehme die pure purna purna was für name ja ich will schusswaffen haben ab im kopf die hat man los jetzt kommt der prolog raus aus den federn ja ja wohl viel hat uns ja wieder im flug gebucht der letzte flug ging ja auf eine einsame insel mit kannibalen und jetzt geht es ins paradis mit zombies zombie was soll man denn hier mitnehmen aber ich sehe sonst was bauplan schwerer schock mod eine flasche whisky wie auch immer saufen kann schlagen kann ich noch was hallo erst mal mich hier karte fest der metall stück baupläne das braucht man alles alles klar fähigkeiten raserei ok überleben und spieler und hier könnte ich dann wohl wie theoretisch einladen alles klar dann gucken wir mal wie die zombies aussehen geld wieder geld habe ich hier hinten irgendwas oh süßes pärchen war es mal metall schrott ich glaube ganze zeit über die zauber die toten und hier schon durch bin alkohol Oh, Herausforderung abgeschlossen. Träbebahn kann man immer gebrauchen. Ich weiß jetzt schon, dass irgendwie gleich hier ein Zomira angestimmt kommt. Ich hasse es. Wolfi, wann kommt der erste Zombie? Kannst du mir das schon mal verraten, oder? Das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen, okay. Solange du keine Waffe hast, kommt keine. So, ich bin fertig mit dem Prolog. Ja, und da steht es dann, oh, du hast den Prolog abgeschlossen und kannst nur in Koop-Spielen beitreten. Genau. Mhm, okay. Also ich bin jetzt bei dem einen Hotelzimmer, wo ich die Tür aufbrechen musste. Ich muss jetzt rein gehen und gleich erst mal zuschlagen. Oh, Koffer. Mein Taschlam hat ver- Kein Ball-Patrii mehr. Ich habe noch keine Waffe. Spannerei. Alkohol mit der Riss Kid. Okay. Wann kriegst du deine erste Waffe? Wann musst du dann schon sehen, wenn du so weit bist. Ja. Also Zimpo, wohl, wie kennt das Spiel? Er hat das schon mal durchgezockt. Jo. Jetzt bin ich draußen. Ja, ich habe eine Frau genommen. Und tschüss. Alles einsammeln, was wir brauchen, ne, Wulfi? Wulfi, du kennst ja das Spiel schon. Mal, was war dein erster Eindruck vom Spiel? Ich habe es früher gefeiert. Ja, und es war ja am Anfang auch, stand es ja auch im Index, ne? Das ist korrekt, ja. Deswegen habe ich es mir früher auch aus Österreich gekauft. Jo, ja, alles klar. Fahrstuhl reißt. Und tschüss. Und da ist das. Oh, da sind die ersten Zombies. Ich kann es dir durch die Kamera sehen. Wenn du nicht gut bist, mein Mann. Schöne, 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 Schöne. Gut. Ich werde mich später noch vorstellen. Jetzt müssen wir uns aus der Hölle raus. Ja, take a look Oh man Hey, öffne dich Oh, der hat nichts für mich Okay Für das Geld kann man dann Material einkaufen oder Waffen oder Watt Zum Reparieren Oh, Reparieren auch Und so weiter und so fort Wahrscheinlich wenn man dann Waffen mit dem Zeugs kombiniert, wahrscheinlich auch Gehe ich mal von aus, wie gesagt, das ist Jahre her An viel kann ich mich nicht mehr erinnern Damals, wo es ja auf dem Index stand, war ja auch großes Thumbtarm über das Spiel Ich glaube Wie bitte Ich habe 104 Dollar gefunden 104 Au Servus Hier Wartest du mal auf mich Oh, ich lade hier ja nur so rum Achso Ja Ich muss mal die Toiletten durchsuchen Die Umkleidekabine Die Umkleidekabine Da steht auch gerne mal erinner Da steht auch gerne mal erinner 13 Dollar Energy Drink Nice Das ist genau dein GameCrow Man findet nämlich überall Energy Drinks Die und die High End End Passt jetzt mit dir Jo Du bist ja nur am Energy Saufen im Spiel Geil Energy Time Nein Hahaha Was hat der? Was ist denn? Ein Wesentlicher Oh, der macht mir der Mensch Oh, ein Schlagbrink Energy Drink Gleich mal genehm Ja, ja Ja, ja Ne Ich bin ja jetzt nicht allgemein Sondern hier in der Hütte Schon im Haufen Such eine Waffe Ah Warte Ja, aber du bist glaube ich so gut Alter Nochmal schön auf den Budi hauen Jo Jo Alles klar Das Spiel gefällt mir jetzt schon Was? Was? So einvielführendum Was? Was? Das ist der letzte One? Okay, dann Thanks, Mites Okay Akt 1 There is no help, this thing can't be stopped I saw here and took my life You need to get out of there And I can help you I can arrange for transportation By air, by sea But first you need to get here To me I have many sick and injured here mate They're crazy with fear Tell me where you are Where are you? You there mate? Hello? Hello Oh god damnit We were touching Galilee for a while Okay On stage, yeah You can go to a co-op game 3rd, yeah Wait a minute Wait a minute Wait a minute How do I do that now? Wait a minute I wanna... I don't want to eat First of all I don't want A little bit I don't want to eat Wait a minute I don't want to eat What's the same thing What's the same thing Oh So Moin Wo bist du? Hinter dir Wolfi So Was bedeutet der rote Kreis hier? Ja das ist unser Radius sozusagen Wo wir was machen können miteinander Achso Wart auf andere handeln und so Andere Spieler Aha Okay So Ja Warte mal ganz kurz Wolfi Wir sind da Schlüssel zum Überleben Achso Hauptquest Okay Und du musst dann die Nebenquesten annehmen und so alles Damit wir die abholen War Kann ich mit denen nicht reden? Wolfi wo steckst du? Kann ich mit denen nicht reden? Was hast du so gekriegt? Suche Maggie Ja Suche Maggie Gut Gut Also du kannst höchstens nur mit den allen reden und ich nicht Ah ok So dann muss ich was gucken Ähm Da 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 Quests Ja machen wir erstmal die Nebenquests Ja Was ok Aha ok Was denn? Du kannst keine Nebenquests verfolgen wenn du Hauptquests im kooperativen Modus spielst Das heißt Dass man sozusagen nur die Hauptstory spielend Du kannst keine Nebenquests verfolgen wenn du Aha Was ist das für ein Kind scheiß Wo bist du? Na ich geh schon los Äh Wo denn? Siehst du doch auf der Kotte oben Achso Ja ich war ich wollte mich hier Oben sag ich unten rechts Weil ich wollte mich hier noch umgucken weil hier sind Kisten und so alles Ja dann guck dich mal um Habe ich ja schon alles durchsucht Äh Aber du kannst echt nicht auf mich warten Ne Energy her Jetzt wünsche ich mir dass der Energy Alkohol wäre Ach nee siehste Kann ich gleich nochmal Aber können wir die Ich dachte wir können alle Questen miteinander spielen Tja anscheinend nicht Oh hallo Wer bist du denn? Stirb Und auch mitmischen Das sah jetzt gerade falsch aus Lass uns gehen Warte mal Kannst du nicht Du hast jetzt Ach jetzt verstehe ich das Du hast die Hauptquest aktiviert Ne Kannst du nicht die Aufnehmenquest und dann anklicken Du hast es Kannst du nicht Das ist Jetzt steht er hier wieder im Weg würde aber die stupe 3 weiter heute mal ganz kurz ja komm mal hier und mach mal die mittlere tüte auf rechts ich weiß dass da ein zombie drin ist was schickst du mich einfach vor das nennt man kanonenfoto ja du mich auch so stimmt das genau hinter willkommen so fuck 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 ja schön fuck fuck es sieht aber richtig schön aus muss man ehrlich sagen was ist hier gibt es glaube ich eine werkbund hier drin ja jetzt muss ich nur noch ein basi finden dann kann ich mir nur sie machen ach doch noch wie viel habe ich denn 504 300 noch was wie kann ich die waffe wechseln überhaupt r1 gedrückt halten und da hast du die dinge die aufgesammelt hast im rad ach so und wenn du direkt wechseln muss das inventar machen da kannst du die dann zuweisen auf die verschiedenen plätze hier war noch ein bisschen was oh schrank stacheldraht ok oh spaten 27 30 das ist alles stärker ok wir müssen schon die erste folge wenden ja dann beenden wir und wir sagen wie immer danke fürs zusehen zockt gut ciao bis zum nächsten mal der wolfie und ich da gehen wir die kurs sind raus kurz und schmerzlos leute links auf der säule die letzte folge des projekts rechts auf der säule ein anderes projekt schaut da mal rein und was er in den schnabelt ist mein kanal lasst mir was da und chelik kommt da auch schon angeflogen mit ein kanal den ich euch ganz herzlich bin schaut da mal rein in dem sinne zockt gut ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal